hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge 7 days to die mit darknessfords mod wir befinden uns hier im unter dem unter dem schwimmbad da wo wir gestern aufgehört haben sind hier unten noch an der kanalisation zu gingen es gibt ein oder andere wird garantiert noch kommen ich habe hier auch mit so ist es nicht wir versuchen hier nur richtig zu sparen da kommt noch einer und teile da bin ich ehrlich gesagt der letzte was gegen waffenteil hat ich sehe es schon kommen hier ist es Ende finde ich jetzt persönlich nicht so tragisch ich verstehe nicht warum das bei mir so verschwungen wenn ich so manche andere sehe mit den Videos da ist das einsame Spitze und ich habe hier Video Qualität das ist, ich habe keine Ahnung keine Ahnung wo dran ist das meiste was ich deaktiviert habe ist die Tiefenschärfe weil mir das bei den Kindern halt immer wenn immer dieses verschwommen der kommt schön das klappt da überlege ich jetzt gerade noch weil ich möchte für das Grüß. Grüß Gott. 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 jetzt noch hier lang hier lang ich lade hier noch mal nach zum beispiel ich lade hier ich mag dieses auf diesen engen raum nicht mehr jemand knall leute da vergesse ich auch hier aus der hocke zu gehen und was nicht alles da vergesse ich alles der hinger fest war ich konnte auch immer so groß auf die größe auf die größe kommt sie an geht und für unsere kettensäge so zum beispiel nicht das und hier noch das war gerade richtig geil das war jetzt richtig weißt du wie mies ist das denn jetzt da muss ich dazu jetzt noch irgendwas sagen wir sind jetzt ganz kurz raus ans auto zum dach hin die gerade so angepinkelt sieht die aus sind doch hier an da zerstörst du dir ein waffentresor das ist die 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 scheiße überall muss die dinge aufbohren und aufknacken na tschuldigung nein das sind sie alle auf und falsche weg und du hast da die diamanten zahnte gezähnte oder unter kentern ist das dann gibt das geld so viele zähne oh man so ein waffen ding die heftig ja jetzt bin ich völlig aus dem wind das ist vorbei zwei eier noch mit hier immer noch einmal dann hier ja 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 Hier die 2.1 Autos mit Der angepieselte Streikerhalm Gerade kotzen könnte Ich habe jetzt gerade richtig ein bisschen Ohne Beweise Ohne Beweise Nein Passiert, passiert im Einfall des Gefechts So zur Info Die Leute, die vielleicht am Anfang irgendwie mal Probleme haben, Start zu bekommen Auch im Vanillagame Die Dinger hier Die hier Die Abort Da geht man Stahlbaden Vom Stahlbaden Gucken wir noch mal, ob wir noch ein, zwei Autos mitnehmen können auf dem nach Hauseweg Wo die Leute, wenn wir hier lang fahren Achso Okay Aber machen wir hier auch mal jetzt Auto clean So So What Hier war ich ja schon Reset habe ich so gelassen Gibt es erst nach 30 Tagen Das dürfte auch noch nicht gespawnt sein Wenn ich jetzt gerade irgendwie die außergewöhnlichen Läden machen wollen Oh Dann Ein bisschen weiter Hier waren wir echt schon fleißig Wie hier drinnen war Wie hier drinnen war so gut alleine schon von den reparaturkits hat sich der ausflug und tarzahn 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 tarzahn's kiste keine ahnung ein kleiner stecher hier dann fahren wir nach hause dann darf ich nicht vergessen ich sage auch klein zu machen hier gibt uns der händler dann auch nicht ab machte auch wenn man noch ein paar fernseher jetzt auch noch mal rein kämpfe noch einmal legt rum dann noch mal auch aus dem nennen sich zumal jetzt ist es leer die kleinscheiben wollte ich jetzt echt nicht beabsichtigt ich mag es nicht ich gehe schnell rum und auf so mädchen ich bin auch noch schnell mit immerhin ein bisschen was sehen könnte ich weiß es nicht aber die titanen dinger die sind schon nicht schlicht auch in dem weg schon schön frei verschlossen verschlossene 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 so wo war denn die lieber eben gerade der hat doch eben gerade gesagt hier 300 meter ne das ist ja das ist ja Kette. Wo bitteschön soll ich jetzt gewesen? Da? Sind die zweite Zeitpunkt einfach hinten... Nee okay... Ich dachte jetzt gerade schon, dass ich von dem einen Freude anfangen wollte zu buddeln, nee... Da wäre ja... bisschen größenwandel ich glaube ich das hier gewesen sein die traute ich meine ich habe sie angeboten das ist ein bisschen so ein nitrat und gerne mal ganz gut von mannach doch wirklich hier so ein bisschen nitrat finden dann sieht es gerade nicht danach aus okay hier ist jetzt sand mit dran ok leute machen katz holt euch morgen früh wieder morgen früh so willkommen zurück ihr sehen könnt bin ich nicht in der mini geblieben die wo wir uns verabschiedet haben aber ehrlich gesagt jetzt in der nacht jede mine auf versucht diese massakriert und glaube ich ist fertig also ich habe jetzt kein eisen mehr gefunden ich glaube ich sind wir jetzt durch so was zeigen trotz abstützen ich habe die die ich kann irgendwie seit neuestem machen was ich will mir stürzt immer alles ein mir bricht immer alles weg sein ich kann nicht machen was ich will hier hat man glaube ich angefangen das ist auch nur hundertprozentig sicher auf jeden fall und wenn ich nicht in jeder mine in jeder mine da wo ich material holen konnten habe ich jetzt diesmal material geholt in der nacht war ich fleißig zwar nicht übermäßig viel aber von etwas das heißt nach der hordennacht können wir dann halt ganz normal unsere gang gehen fleischer was dann dachte das dann hat ich sprechen vielleicht den kurs entscheidige batterie auch nachher springen da war nicht mehr wenn wir jetzt auch noch handhaben die letzten paar minuten eigentlich gerne mit die turrets bauen das material was nach unten muss hier hier dass der screen ein bisschen was zusammen was unten muss eisenblei und das ist die karre lärm hin und her rum ich glaube wir müssen noch ein paar platz bauen das ist so 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 das ist auch noch schnell rüber nein und das und das und das und das und das und das ok passt man da wird nur torres munition hergestellt so apropos torres das was wir um wollen machen wir jetzt natürlich sonst er sieht das wieder stehen wir dazu harten nacht würde ich ganz gerne 20 kunststoff 20 klebeband kunststoff was noch eisenbarren da oben noch mal eingebaut noch mal schraubenfeder freundlich schrauben fehler schrauben fehler so das ist nicht tun das ist ein besonderes wenn ich tun zwei stück wer können wir nicht bedienen wer brauchen wir nicht mehr wollen wir nicht daran ein bisschen eng das wollten wir auch nicht da hin sondern das war weiß plastiker ich habe heute munition so immer noch mal garten gucken schau der ist gewachsen ich bin jetzt echt nummerisch sam 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 ob das hier hinten also da bin ich jetzt besser sind noch voll und überraschend da lassen wir uns ok die türme laufen mal mal schau ja wo wieviel machen wir hier noch ja ein paar schuss kommen auch noch ne schuldig ein bisschen platt irgendwie irgendwie ein bisschen platt können mal den quatsch alles zusammen das das könnten wir schon mal runter könnten wir schon mal wieder die chemistation ich nicht ich es Erste Fuhre hatte ich doch hier mit reingeschmissen. Da noch. Das kommt drauf. Das kommt drauf. Das kommt damit hin. Ich glaube das war es. Hier hätte ich jetzt gerne genau. Drei Stück. Zwei. Mehr. Den trotzdem runterschmeißen. Unsere Chemiestation wieder an. Etwas Schießpulver bekommen. Dann würde ich sagen. Ich glaube das ist ein ganz guter Plan. So. 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 Sonst steige ich hier nicht durch. Stein. Das ist sehr schön. Schiefer. Damit können wir leben. So. Kohle. 1, 2. 1, 2. 2. 3. Schießpulver. Schießpulver. Feuer von oben. Für Schiefer wollen wir noch nicht. 1, 2. Stoffproduktion. Das wir auch probiert haben. Oh. Schießpulver. Feuer von oben. Hier haben wir mal ein bisschen Leben rein. Bauen wir mal. Wir packen mal die Hände jetzt auch rein. Eisen. Ist voll. 1, 2, 3. Hier. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. So. Würden wir mal sagen. Nicht so viel. 1. 1. 500 Eisenbarren. Warte gehen. So viel. Auch nochmal. So. 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 Das hier mit Eisen. Lass ihn mit Eisen. Das weiß ich mal aus holen. War das wichtig? Eisen. 2 Blinding. So. Hier war ja noch ganz normal. dann läuft das hier auch wieder, das ist sehr schön, dann gucken wir jetzt ob die Tordels und fertig sind steht das Radio noch nicht vergessen, wenn wir das so ein Zeichen Zeichen vor allem die Scheiße weghalte ok letzten Zeichen sehr gut, egal aber machen wir jetzt nicht zusammen so die Tordels sind auch fertig das ist auch schon mal super das ist auch schon mal super so dann noch erreichen jetzt jetzt auch das kriegen wir alles noch hin heute ich wünsche euch einen schönen Tag je nachdem wenn ihr diese Folge schaut bis zum nächsten Mal Ciao bis zum nächsten Mal